Ich bin Stone Biome gefunden. Oder was das auch mal sein soll. Darauf musst du dich konzentrieren. Ja, das war richtig schwer. Diamanten gefunden. Schon wieder? Ja. Viele. Es ist Robin. Was erwartet? Jetzt hab ich insgesamt neun. Ja, da hattest du fünf. Das erste mal, ja und jetzt vier. Boah! Ne. Hier ist voll die große Ölquelle. Super, bringt uns aber noch nix. Größer als die, die wir da vorne haben. Die ist doppelt so hoch wie die Bäume hier. Das ist doch scheißegal, man. Es kommt auf das Loch, was unten drunter ist an. Was ist das? Ja, aber das zeigt ja auch, wie groß sie ist. Silber. Das zeigt nicht, wie groß sie ist. Klar. Ich weiß nicht, kann sein, dass Ölquellen immer bis ganz nach unten gehen. Aber kann auch sein, dass sie irgendwann aufhören. Ich weiß es nicht. Wenn die immer noch ganz nach unten gehen, hat die Höhe schon was zu sagen. Ne, die gehen nicht bis ganz nach unten. Was ist ein Tungsten? Hatten wir schon mal Tungsten-Ohr? Ne. Komm bekannt vor der Name. Ja, das hatten wir noch nicht. Boah, das Redstone, das sieht aus wie Lava. Kopper habe ich jetzt richtig. Hast du dich erschrocken? Ein bisschen. Aber ich weiß, dass auf der Höhe eigentlich kein Lava ist und ich hätte es auch gehört. Kopper habe ich jetzt voll viel. Ich bin zu tief für Kopper, glaube ich. Aber ich glaube auch. Und was ist das? Lead-Ohr. Alter, das sieht geil aus. Kann die einzelne Sachen zwar nicht voneinander unterscheiden, aber das ist gut. Wie viel Kohle habe ich? 20 Grad mal, Alter. Und ich hatte schon zwei Kohlequellen. Ja. Ja, Kohle, ne. Nicht besonders wertvoller wie jeder braucht's. Ja. Aber ich finde, Cola ist mal sowas Düffs, was man abbauen kann. Also vom... Allein schon mal zu vieles, um es einfach auf den Sack geht, das abzubauen. Ja, genau. So, ich kämpfe mich mal hier hoch. Nicolit brauchen wir erstmal nicht, ne? Da haben wir erstmal ein bisschen was von. Ja. Ja, das habe ich gesehen. Darum lasse ich das jetzt erstmal hier. Ich weiß noch nicht, wofür das ist. Ich denke mal, Batterien halt, ne? Ja. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Das ist ja die Frage. Ich habe noch eine große Ölke gefunden. Schön, wir haben erstmal eine vorm Haus und wenn die nicht mehr reicht, können wir andere suchen. Ich habe ja schon voll viele gefunden. Die ist sogar recht tief hier. Schwimmst du da drin rum, oder was? Ja. Ich bin ja rausgegangen wieder. Sonst sterbe ich gleich. Ja, was denn jetzt? Jetzt werde ich auch nur angeschrieben. Ich mache jetzt gar nichts, für wen auch immer. Was hat er denn geschrieben? Nee, du weißt doch gar nicht mehr. Ja, Mist, X, Y, Y. Oh, hier ist ein Cave. Ich bin mal kurz weg. Ja. Da müssen wir reden. Nein. Jetzt sehen wir das schöne Bild, was Robin gerade aufnimmt. Ja. 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 Richtig schön Bewegung ist da drin. So mag gar keiner. Ja. Oh, Sklet. Juhu. Nein. Ey, hier ist ein Spawner. Scheiße, hier ist ein Spawner. Ja, dann. Ey, hier ist ein Spawner. Ja, dann. Ey, hier ist ein Spawner. Ey, hier ist ein Spawner. Scheiße, hier ist ein Spawner. Kannst nicht mal entscheiden. Ich glaube, ich gehe mal lieber... Ah, Hilfe. Regenerieren. Nein, die Sklette kommen. Alter, geht weg, Sklette. Kann mal einer schlafen gehen. Aber das mit der Lava, das hasst eigentlich. Was denn? Mit den Engines. Reicht doch, ne? Die Lava. Ist zwar nicht viel, aber sie laufen. Ja. Die müssen ja nicht dauervoll sein. Hauptsache, die kriegen ein bisschen was. Doch, die füllen sich immer mehr. Ja, lol. Da ist jetzt schon fast bis zum zweiten Strich Lava drin. Loll? Woher kommt denn jetzt die ganze Lava auf einmal? Vom Generator. Ich habe Generator angeschmissen ein bisschen. Achso. Moment mal, eine Waterproof brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich wurde gerade gefragt, ob ich mal heute einen trinken will. Du hast natürlich Nein gesagt. Äh. Mit was will ich meinen Wodka trinken? Äh. Mit Zitrone. Keine Ahnung. Irgendwas. Kann ich ja so machen wie ich. 90% Cola, 10% Wodka. Ja. Ich habe dir das doch gemischt. Ja. Weil du nicht so viel wolltest. Ja. Weil mir durch die Skischlappe schlecht geworden ist. Boah, ich finde das ging ja eigentlich. Irgendwann war es Cola. Wir haben mir immer die Tür zugemacht. Und dann. Wow, was hier für Schätze drin sind. Tin. Redstone. Brot. Tin. Tin. Soll ich mal dieses, äh, muss die Cobblestone mitnehmen? Boah, jetzt muss ich auch noch Pur trinken. Das Geräusch, was du gemacht hast. Ja, ich habe mich da fast eingekotzt, Alter. Das hat sich so gut angehört. Nee. Das kann man gar nicht beschreiben. Das war auch nur voll eklig, Mann. Ich weiß nicht warum. Achso, Leute. Wenn ihr mal Wodka kauft, ne. Wenn ihr 360 Wodka habt. Wenn ihr ihn mögt, alles gut. Aber wenn nicht. Oder wenn ihr das erste Mal macht, probiert erstmal mitmischen. Weil der Wodka, der zieht irgendwie voll die Schuhe aus. Vom Geschmack her. Der war voll eklig, Mann. Der war voll bitter. Der, der erste Schluck, der hat voll nach, äh, Fensterreiniger geschmeckt. Ja, der war voll bitter, Alter. Fensterreiniger. Glasreiniger halt, ne. Ja. Aber dann können wir jetzt nicht mehr allzu lange aufnehmen, ne. Weil ich weiß noch nicht wann ich dann, äh, gehen soll. Ja. Ach, schlimm. Aber wir haben ja erst, eh erst noch ein bisschen was zum Hochladen. Ich weiß gar nicht, wie lang, ja, tut mir leid. Tom geht ja eh heute früh pennen, sonst können wir heute Abend, wenn ich besoffen bin, doch. Warum geh ich heute früh pennen? Weiß ich nicht. Ich kenn dich. Ach. Tom geht immer früh pennen. Ja. Letztes Mal, 9 Uhr. Ja, ich geh dann jetzt mal pennen. Ja, warum nicht, ne? Ich weiß nicht, warum du so früh pennen gehst. Kurz nach 6. Ich bin nur auf pennen. Wer? Ja. Ich? Ja, das war was anderes. Er macht's immer. Du nicht. Tom, wie lange bist du am Wochenende immer so wach? Außer du bist auf ner Party? Ähm. Bis der Film vorbei ist. Welcher Film? Ja, keine Ahnung, der Krimi oder so. Ja, den muss ich grad gucken. Bis der Film zu Ende ist, also bis zum Filmriss. Ja, ich meine aber jetzt nicht, wenn er halt nicht auf ner Party ist, meine ich so, ne? Weißt du? Ja, hab ich doch gesagt. Bist du vorbei? Ja, Tom! Ich weiß es. Ich meinte Marco. Ich meinte aber dich. You understand my question? What question? Are you gay? No. You? Äh, no. War grad am Konzentraten. Konzentraten. Alter, ich find grad keinen Diamanten mehr. Nur noch Saphire, Rubine und so ne Scheiße. Sachen, die keiner braucht. Jetzt, weißt du, hinter Rubinen direkt grüner Saphir. Äh, hinter Saphir direkt grüner Saphir. Pff. Nice. Grüner Saphir ist irgendwie gar nicht selten, ey. Das ist so viel. War schon viel. Können ja noch ne Quarry machen. Ich hab Oranium gefunden. Ja, hab ich auch vorhin schon. Läuft die Quarry noch? Ja. Also sollte. Noch eine? Ne, jetzt noch nicht. Später. Wir haben auch kein Gold mehr. Copper bring ich auch eher genug mit. Ja, oder Marco? Das war so langsam. Ich weiß. Die lief letztens voll schnell. Die ist voll durchgezogen. Weil er erst diesen Stromschock da hatte. Den Stromschub. Als Marco die Pipes eingesetzt hat, war da voll dicke Ding zwischen. Nein, die lief durchgehend so stark. Nein, die lief durchgehend so stark. Okay. Eisen. Und jetzt schneller läuft. Nee. Brauch ich den nicht mehr. Nee. Ist das Lava-Dings noch an? Angeschlossen? Kann vielleicht am Lava-Dings liegen? Nee. Ich glaub nicht. Der war ja vorher auch angeschlossen. Wenn ihr das Lava-Teil abschließt, also vom Strom... Ja, müssen wir was in den Generator tun. Ist mir schon klar. Nein, dann pack das Kabel-Dings mal da so neben. Wie hier. Weil jetzt dann kann man es abbauen und da wieder dran setzen. Wollen wir mal ein bisschen Holz. Marco, willst du noch ein paar anschließen? Combustion Engines? Ja, aber wir haben nicht mehr so viel Iron. Ich glaub, das reicht nicht mehr. Geht dafür kein, äh... Aber wir haben nur noch ein Iron, Mann. Nee, hier ist ein Dungeon oder so. Wir haben nur noch ein Iron. Das macht mir viel mehr Sorgen, Tom. Ich hab grad noch ein Stack Iron in meiner Tasche. Ich hab wieder was eingesammelt. So, jetzt... Jetzt kommt erstmal ein bisschen Lava. Ah, ich hab auch noch ein bisschen Eisen. Ich hab die beiden Generatoren jetzt so... Was ist Tungsten-Ohr? Das kann man nicht brennen. Zeig mal. Hier. Was? Wenn man abbaut, kommt da auch nichts raus. Nein! So hab ich's ja abgebaut. Ich google mal. Also ich komm mal kurz nach. Wie geil ist das denn? Hier ist so ne Burg. Was für ne Burg? Brauch mich mal kurz zu Tom. Nein, du spawning... Red Power 2 ist das. Nein! Nein! Oh nein! Scheiße! Fühl mich mal hin! Ich geh mal kurz nach. Ich hab keine Kohle mit dir. Ich hab keine Kohle mit dir. Ich hab keine Kohle. Ich hab keine Kohle mit dir. Ja, aber irgendwie muss man das doch bearbeiten, das Tanksten Zeug, Marco. Ähm... Ich weiß nicht, welchen wir haben, weil kann sein, dass Red Power noch nicht so weit ist und dass es noch gar keinen Sinn hat. Achso. Tom, wo bist du? In der Wüste. Jetzt ist die Quarry wieder schnell. Also schneller. Ja, weil ich das Lava-Dings abgeklemmt habe. Hat das so viel Strom verbraucht? Ja. Krass. Copper-Oar ist bei mir im Textur-Pack blau. Natürlich. So muss das. Tanksten hat bei uns keine Wirkung. Aber es soll sehr, sehr, sehr rare sein. Deswegen halten wir das einfach mal. Alter, die Combustion-Teile, die gehen jetzt gerade voll ab, man. Ich seh noch kein Diamant. In der Quarry. Qua-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.